Bundeskanzler Sebastian Kurz hat vor seiner Israel-Reise eine Kursänderung bei der Corona-Impfstrategie angekündigt. Österreich, Dänemark und die Mitglieder der sogenannten First-Mover-Gruppe würden sich in Zukunft nicht mehr auf die EU verlassen und gemeinsam mit Israel in den kommenden Jahren Impfdosen der zweiten Generation für weitere Mutationen des Coronavirus produzieren, sowie gemeinsam an Behandlungsmöglichkeiten forschen, sagte Kurz laut Bundeskanzleramt. Der Bedarf alleine für Österreich wird auf rund 30 Millionen Impfdosen geschätzt, so Kurz in diesem Statement weiter. Wörtlich sagt er, wir müssen uns daher auf weitere Mutationen vorbereiten und sollten nicht mehr nur von der EU abhängig sein bei der Produktion von Impfungen der zweiten Generation. Im Vorfeld der Israel-Reise traf der Bundeskanzler am Dienstag mit Vertretern führender heimischer Pharmaunternehmen zusammen. Kurz erklärte, der Zugang über die EU war zwar grundsätzlich richtig, aber die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, wäre zu langsam bei den Zulassungen für Impfstoffe und es komme zu Lieferengpässen von Pharmaunternehmen. Man müsse sich daher auf weitere Mutationen vorbereiten und sollte nicht mehr nur von der EU abhängig sein bei der Produktion von Impfungen der zweiten Generation. Experten zufolge müssten auch in den kommenden Jahren jeweils zwei Drittel der Bevölkerung, also über sechs Millionen Menschen in Österreich, jährlich geimpft werden. Die EU-Kommission reagierte am Dienstag offen auf den österreichischen Vorstoß. Sie sei definitiv daran interessiert, von Österreich, Dänemark und Israel zu lernen, erklärte ein EU-Kommissionssprecher am Dienstag in Brüssel. Dies könne von zusätzlichem Wert für die EU-Impfstrategie sein. Kurz Aussagen, wonach Österreich nicht mehr nur von der EU abhängig sein wolle, wollte die EU-Kommission nicht kommentieren. Die EU-Kommission habe selbst ihren Plan namens HERBA-Inkubator präsentiert, der auf der Entdeckung der mutierten Viren schnelle Entwicklung und Zulassung von Impfstoffen und Ausbau der Impfstoffproduktion in der EU zielt. Der Vorschlag sei von den EU-Mitgliedstaaten begrüßt worden. Es sei wichtig, daran weiterzuarbeiten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte laut Reuters am Montag, er werde mit Kurz und der dänischen Ministerpräsidentin Mette Fredriksen eine Zusammenarbeit zur Impfstoffproduktion besprechen. Israel begann mit der Corona-Impfung bereits am 19. Dezember 2020. Mittlerweile ist rund die Hälfte der Israelis mindestens einmal geimpft. Bei einer Veranstaltung zum Ende des Lockdowns in Dänemark sagte Fredriksen, die Diskussionen seien kein Misstrauensvotum gegenüber der EU, wie die Financial Times berichtete. Die dänische Ministerpräsidentin betonte am Montag jedoch, dass Dänemark und Österreich gezwungen gewesen seien, das alleine anzugehen, um die Impfstoffkapazitäten zu erhöhen. Es sei wichtig, sich nicht nur auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, sondern auch auf die nächsten zwei, drei, fünf oder sogar zehn Jahre. Die Präsidentin des österreichischen Verbands der Impfstoffhersteller René Gallo-Daniel bezeichnet den Vorstoß von Kurz als sehr, sehr innovativ.